Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Subaru. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 5 Personen und ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020